Ja, möchtest du Shogun Partner werden bzw. Shogun Berater werden, dann habe ich für dich zwei wichtige neue Funktionen auf Facebook, damit du die ersten Kunden gewinnst und damit du wirklich Dynamik erzeugen kannst aus den Erfahrungen von vielen, vielen Shogun Vertriebspartnern. Schön, dass du da bist. Hallo, ich bin der Willi. Ja, im Network Marketing war im siebten Monat mein Monatsumsatz 210.000 Euro. Das auch mit Kosmetik, das auch mit Parfums. Also ich kenne diese Branche sehr, sehr gut. Allerdings habe ich nur mit Facebook gearbeitet, ohne meine Freunde anzusprechen und ohne Partys zu machen. Unterhalb von diesem Video findest du meinen Gratiskurs 110 Vertriebspartner in 30 Tagen. Ja, lass uns gleich starten. Punkt Nummer 1, wenn du Shogun Partner bzw. Berater werden möchtest, ist das Thema Kurzvideos. Kennst du Reels? Also Facebook Reels, Instagram Reels? Du kennst wahrscheinlich TikTok Videos und wenn du dir jetzt im Zusammenhang mit, naja, soll ich Partner werden bei Shogun und TikTok vorstellst, was soll das miteinander zu tun haben? Du möchtest ja nicht Leute irgendwie unterhalten oder irgendwelche lustigen Witze machen per Video. Dann möchte ich dir ein paar Erfahrungen weitergeben. Vor einigen Tagen habe ich unter anderem auch mit Shogun Vertriebspartner einen Versuch gestartet. Ich habe eine Anleitung gemacht zu Reels, also zu diesen Kurzvideos auf Facebook und Instagram. Und da waren 90% der Teilnehmer, die noch nie ein Kurzvideo erstellt haben. Die wussten gar nicht, wie das geht, was das ist, wie man das macht. Eine Person davon war der Ralf und der Ralf hat sein erstes Kurzvideo gemacht. Das war wirklich kurz, ich glaube sechs oder sieben Sekunden nur. Und hat innerhalb von wenigen Tagen 121.000 neue Interessenten bekommen. Das ist unglaublich. Also wenn du Partner werden möchtest bei Shogun und dann ist es wichtig auf diese Kurzvideos zu setzen. Ich habe jetzt die Sprache, ah, die Texte ein bisschen verloren. Punkt Nummer zwei, wenn du Shogun Partner oder Berater werden möchtest, ist das Thema Live Audios. Grundsätzlich eines dazu, ich erkläre gleich die Live Audios. Wenn Facebook eine neue Funktion rausbringt, die Max Zuckerberg gut findet, dann sind das zwei wichtige Faktoren, weil du dann nämlich als Shogun Partner maximale Sichtbarkeit bekommst. Max Zuckerberg hat uns Anfang diesen Jahres gesagt, die Zukunft von Facebook liegt nicht in Videos. Du siehst jetzt gerade in Videos, natürlich witzig, sondern in Audios. Er ist ein absoluter Fan von Audios. Und ja, er bestimmt auch, wie die Inhalte auf Facebook ausgespielt werden. Und ich kann Ihnen einen Tipp geben. Setze als Shogun Partner bzw. Berater auf Live Audios. Du bekommst einen unglaublichen Boost. Bei Live Audios ist es so, du musst dir das vorstellen wie eine Bühne. Das heißt, du eröffnest so einen Raum, einen Live Audio Room, zum Beispiel in einer Gruppe. Und dann auf dieser Bühne kannst du alleine sprechen oder du kannst die Sprecher dazuholen. Das Spannende ist, wenn du die Sprecher dazuholst, das geht sehr, sehr einfach, dann musst du die Inhalte ja nicht selbst erstellen. Also du kannst dir ziemlich klug auch Sprecher auswählen, die zum Beispiel im Network Marketing sind oder sich mit Barfayas auskennen oder vielleicht auch bei Shogun schon Erfolg hatten. Und startest dort dann dieses Live Audio und du stehst auf der Bühne und die Zuschauer oder Zuhörer sind dann sozusagen unterhalb. Und diese Funktion wird derzeit enorm gepusht und dadurch kannst du viele, viele neue Interessenten für dein Shogun Business bekommen. Wenn du jetzt genau wissen möchtest, wie kannst du damit arbeiten, wie habe ich in 30 Tagen 110 neue Vertriebspartner in Erstlinie gewonnen, schau einfach unterhalb von diesem Video in meinen Gratiskurs. Und das sind meine zwei wichtigen Erfahrungen zum Thema Shogun Partner werden bzw. Berater werden. Rock it, viel Erfolg. Ciao, ciao.